Die niedersächsische Friedenstadt Osnabrück setzt auf ein Wechselspiel aus strategischer Steuerung und Partizipation von Bürgern und Verwaltung, vorbildlich umgesetzt zum Beispiel beim Masterplan Innenstadt. Mehr Grünflächen in der Stadt, weniger Platz für den motorisierten Individualverkehr und ein plastiktütenfreies Osnabrück. Im Fokus liegen erneuerbare Energien. Das Pilotprojekt Gestalte Deine Stadt Osnabrücks Zukunft kennt keine Herkunft und die Osnabrücker Mappe in deutscher und arabischer Sprache unterstützen bei der Integration. Im ehrwürdigen Friedenssaal des historischen Rathauses nahm Oberbürgermeister Wolfgang Griesert den deutschen Nachhaltigkeitspreis für Großstädte entgegen.